Eine Kleingartenanlage in Treptow-Köpenick. 17 Parzellen, seit DDR-Zeiten zumeist wohl auch dauerhaft bewohnt. Nun sind die Häuser verlassen. Die Natur erobert zurück. Zum Beispiel das Haus einer 70-Jährigen, die hier seit Jahrzehnten wohnte, wie Nachbarn sagen. Und die sich gegen die Verdrängung nicht wehren konnte, nachdem ein mutmaßliches Clan-Mitglied die gesamte Anlage kaufte. Gegen das Geld des fragwürdigen Investors hatten die Mieter keine Chance, sagt die Modeberaterin Mandy X aus der Nachbarkolonie. Sie wollten ja alle kaufen. Also die meisten wollten ja kaufen, ihre kleine Mini-Parzelle. Das wollten sie ja schon. Da war ich ja dabei gewesen, weil ich so ein großes Prozess habe, wo alle hier gesessen haben. Aber der Clan hat einfach mehr gezahlt. Dieser neue Eigentümer, der hat einfach mehr Geld bezahlt an den Verkäufer. Originalität finanzierte Immobilie von der Justiz beschlagnahmt. Rot-rot-grüne Fachpolitiker machen sich vor Ort ein Bild. Wir waren uns richtig gemauert auch. Da kannst du was draus machen aus der Fläche. Her damit ab in die Gemeinwohlinfrastruktur, in welcher Form auch immer. Also ob man entweder die Kleingärten kann man erhalten? Genau, für die Naherholung. Da gibt es sicherlich Begehrlichkeiten von der Anlage vermutlich. Oder, da es ja am Rand ist, könnte man natürlich auch irgendwie soziale Infrastruktur machen. Bis letztinstanzlich über die beschlagnahmten Clan-Immobilien entschieden ist, können zwar noch Jahre vergehen. Doch dann sollen die Objekte nicht, wie bisher vorgesehen, versteigert werden, sondern soll der Plan der Senatskoalition dem Gemeinwohl zugutekommen. Das zeigt einfach, dass diese Geldwäsche auf dem Berliner Immobiliensektor, der überhitzt ist, offensichtlich immer stärker genutzt wird. Und da müssen wir was gegen tun. Die Annahme ist ja, dass diese Grundstücke erwirtschaftet wurden von der organisierten Kriminalität, in dem Opfer schwer leiden mussten. Sei es durch Prostitution, durch Drogenhandel, durch Zwangsgelder, die die abgetrotzt haben, durch Schutzgeld, durch mafiöse Strukturen. Und da hoffen wir tatsächlich, dass man das rechtssicher nicht nur beschlagnahmen kann, sondern rechtssicher dann auch der Allgemeinheit wieder zur Verfügung stellen kann. Ortstermin in Neukölln vor einem der beschlagnahmten Wohnhäuser. Hier sind polizeibekannte Namen auch an den Klingelschildern. Brisanter Fund vor der Haustür, Patronenhülsen. Die Abgeordneten sind irritiert. Ob das jetzt Silvestermunition war oder nicht, das würde mich schon nochmal interessieren. Und da werde ich ein paar Freunde bei der Polizei fragen. Auch um zu zeigen, dass es Berlin ernst meine im Kampf gegen kriminelle Clans, sagen sie, könnte an dieser Wand irgendwann einmal ein Schild hängen. Na sinngemäß, es war mal eine Mafia-Immobilie und ist jetzt ins öffentliche Eigentum zurückgekehrt. Zudem geplant, mehr Personal, um kriminelle Beute abzuschöpfen.